Was ist das, was wir tun? Ah, perfekt. So, jetzt müssen wir dem Turbo Wabonupus helfen. Ich habe bei der Konkurrenz, also die Festhäuser, eine Zahnbürste erstattet. Das ist für so eine Prozonik, mit Ultraschall. Was ist das? Ich frage mich, ob hier Ultraschallfeste ist. Ich habe ein bisschen Angst, das meine ich auch normalerweise, wie eine Regiole. Ja. Das ist die hier. Hier steht jetzt aber nicht drauf, dass die Mac-kompatibel oder Prozonik schallfest ist. Ja, das weiß ich leider nicht. Ich muss dann für Kollegen fragen, wie kann ich dann besser weiter hin? Okay, also, best in die Zahnbürste. Ja, ich muss... Dankeschön. Ja, natürlich. Du hast das nicht als der Lungenkreis. Papa, lauf da hinterher. Die sucht, finde ich, so eine Zahnfache-Frau. Hm. Du hast das nicht als der Lungenkreis. Und zwar, es muss bestehen, ich glaube, weil ich noch brennen. Ich habe die wundervolle Zahnbürste erscheint. Hm. Und das ist so eine ganz neue, ähm, schön schlankesie, aber in erster Regel in Sorge, dass meine Zahnpasta den Schall nicht verträgt. Also ich brauche eine schallige Zahnpasta. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss kurz in den Lager sein.